Weeper. Ja. 20 kills und 1 tot. Und 12 gehackte Gegner. Ich ulter mal wieder. Dann ulter schnell. Ja, ich hab schon. Super. Ah, ist zu meiner gestorben. Bin ich schlecht. War gerade hinter dir ein Haken? Von hinten? No! Kam da gerade ein Haken um die Ecke? Ja! Der hat mich von hinten weggehuckt, noch am Ende. Oh, ich dachte, ich wäre wenigstens Highlight. Ich hab einfach mal schön aus der Ulti geholt. Komm schon, kommt schon noch einer! Ja! Nein, oder? Was denn? Weißt, was ich gerade gerissen hab? Alles Gold. Oh. Oh. Phantom darf... Phantom darf... Phantom darf nicht Sombra spielen, ne? Ich hab zwei neue Highlights. Ich auch. Einmal als Street und einmal als Junkrat. Ah! Da, wo du nochmal an diesen Dings verragst bist, an den Granaten von Junkrat. Äh, das war die Städte? Das ist mein Reaper-Highlight. Achso. Ich bin Doppelkill. Ich glaube, das kommt schon bald dir auf Youtube, oder? Nein. Ist ja... Ab... Ey, was für geile Highlights hatte ich denn bitte schön. Ja, jetzt hier am Ende meine Ulti. Doppelkill. 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 Ich komm rum. Diesen Junk... Das war quasi ein Dreifachkill. Alter, ich hatte zwei geile Sombra-Ulties.